Ja, bei den ersten zwei ist es ganz eng. Jetzt führt der Tipp mal, kommt jetzt hier über die Linie mit seinem Leuchtturm. Ich will bedanken, hier ist Nix-Ray. Startnummer 3 liegt in Führung. Vor den 7 an die 1 und die 5 und die 4. Zweitens von Hochrechnung bis zum Platz 5, bis zum Philipp Richter. Ich lasse euch jetzt mal drüber fahren, dann sage ich euch die Reihenfolge. Nach der 11. Runde. Das Team war halt von Marco Kaufmann, Sven Kornprobs, Michael Kieseretter und der Philipp Richter und dann der Michael Mastrofsky. Oh, da ist der Akku raus. Hey, der fliegt da rum. Drei Minuten nach, das war der Stefan Eisterkamp aus Absegen. Drei Minuten nach, das war der Böse, für den Koppel-innen und der Philippe, Böse. Und ich hoffe, hier ist der Koppel-innen. Oh, da ist die Rund mit dem Koppel-innen und der Koppel-innen. Der Koppel-innen und der Steck liegt. Wir haben Herz mit dem Koppel-innen und der Koppel-innen und der Koppel-innen. Wir haben bei euch, der Koppel-innen und der Koppel-innen und der Koppel-innen. Untertitelung des ZDF, 2020